Ja hallo liebe Freunde des gepflegten Angelfilms, ich bin jetzt wieder euer Charlie. Diesmal hier vom Eiz bei den Eizer Sportfischer e.V. Wir haben heute unser Abangel. Ja, dann seid dabei, vielleicht fahren wir was zwischen uns. Petri Heil und ich sage dann mal Tschüssikowska. Ja, die Eizer Sportfischer sind einer der wenigen, vielleicht auch die einzigen, die ihre Boote noch in den Sommermonaten am Strand lagern können oder dürfen und auch über den Strand flippen dürfen. Das geht hier am Eiz bei Weißen Haus. Und das Angelgewässer ist hier die Hobachter Bucht. Ja, wie immer ist mein Köder der Tauwurm. Wie gesagt, der fängt genauso gut wie der Wattwurm. Ist nachhaltig, kann gezüchtet werden und ist zudem auch noch günstiger. Ja, da ist unser erster Vorsitzender, der Markus. Und er ist hier gerade schön am Schreiben. Da darf er nicht näher dran gehen wie den Datenschutz. Ja. Dann werden wir heute Petri Heil haben. Ne? Ja. 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 Ja, Leute. Dann geht's jetzt los. Markus macht sich jetzt fertig für den großen Triller Max. Und dann trillert er gleich. Jetzt ein Thriller. Einmal kurz zusammensammeln bitte alle Angler. Wollen wir mal richtig pfeifen, das hören die da hinten doch gar nicht. Ich muss mal kurz ein Antreten machen, hier beim Boot kurz mal was erzählen hier über das Angeln. So, guten Morgen liebe Angelfreunde. Jedes Jahr sind wir jetzt hier zum Gemeinschaftsangeln von den Booten aus. Es gibt heute kein Zielfisch, wir angeln was da ist. Wir starten wie gewohnt um 8 Uhr und laden wieder um 12 Uhr an. Dazu, am besten die Boote oben nachbereiten, die Angelsachen mitnehmen, damit auch alle hier wegkommen. Dann ist es ab 13 Uhr Treffen in Zorlinde, ab 13.30 Uhr gibt es was zu essen. Und zwischendurch gibt es auch eine Auswertung, aber schauen wir mal. Dann wünsche ich allen, Petra Heil, mal starten. Achtung ins Anpfiff. Jo, Petra Heil. So, dann geht es mal ab. So, dann geht es mal ab. Dann kommen wir erst Makrele an, dann holen wir das ab. Der Nachteil bei den Tauwürmen ist, die müssen immer gewaschen werden, weil sonst das Boot so versaut wird. Und das wollen wir ja nicht. So, sind wir schon einige Meter weg vom Puffer. Da hinten, da ist Weißenhaus, Weißenhaus, der Strand. So, dann fahren wir ein bisschen unter Land jetzt. Und dann versuchen wir es mal ein. Hier sieht man nur optimistische Gesichter. Ja, dann versuchen wir jetzt mal ein Boot zu angeln. So, die Grundmontage mal rausgelegt. Dann warten wir es mal ab. Wolfgang versucht es mit Wattwurm. Ja, hier ist der Boot an Bord. Ein schöner Goldi. So, jetzt sehen wir mal, wie ein Fisch aus dem Wasser gezogen wird. Ein Boot. Hoppala. Ja, der ist doch gut. Ja, es geht gut los. Zwei haben wir schon. Ja, mal gucken, wie voll unsere Kühlboxen werden im Endeffekt. Ja, wurde mal gefragt, was ist langweiliger als angeln. Das wäre beim Angeln zugucken. Aber das stimmt nicht da. Bis live. Ja, hier ist der Nächste. Ja, da kommt der Nächste. Ja, da kommt ein kleiner. Oh, Baby. So, da verholen wir nochmal. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt fünf, ne? Ja, und ein Sandaal. Ein Sandaal. Ja, der wurde gehakt. Ja, von hier haben wir einen schönen Blick auf den Heimathafen. Ja, mal sehen. Warte, die ist. Doch, Fische. Doch, Fisch. Oh, zwei. Oh, zwei. Alter. Wollen sie nicht. Wollen sie nicht? Ja, die wollen wir nicht. Ja. Kann man doch nicht meckern, oder? Nö. 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 Ja, wir haben auch ein paar Putt gefangen. Schauen wir mal. Sehen wir mal. Ja, das Anlegen, das geht immer noch manuell. Ja, wir haben hier ja einen Naturstrand. Ja, da kommen die anderen. Ja, da kommen noch wieder welche rein. Ja, die fressen die Flossen von dem fertig gemachten Boot. Ja, dann haben wir jetzt die Angelei beendet hier am Eiz. Ja, Markus und ich sagen dann Petri Heil und sagen dann mal viel Spaß mit diesem Film. Und wenn ihr mal Lust und Laune habt, kommt hier nach Ostholstein. Besucht uns mal hier am Eiz. Und dann könnt ihr mal gucken, was hier so los ist. Also, tschau. Auf Wiedersehen.